Hi zusammen, mein Name ist Ralf von The Gentleman's World und heute erkläre ich euch, wie Business Casual funktioniert. Business und Casual, der Begriff ist eigentlich simpel, es drückt die beiden Aspekte aus. Mein persönlich Favorit, Anzug tragen während der Arbeit und dann am Abend Krawatte weg. So einfach ist die Geschichte, weil das hier, das sieht einfach schon viel gemütlicher aus und ist auch dann in diesem Sinne ein gutes Beispiel für dieses Casual Look. Hier seht ihr die Taskliste, ihr könnt das von dieser Sicht auch noch alles lösen, ihr könnt das zum Beispiel mit einer Chinohose kombinieren oder auch mit einer Jeanshose. Ich finde einfach wichtig, tragt doch ein Blazer und ein Hemd und dann könnt ihr das dann abwechslungsweise auch mit Chinohose oder Jeanshose kombinieren und vielleicht sogar auch mal einen eleganten Sneaker dazu tragen. Ich persönlich würde euch empfehlen, Anzug Schnüre zu tragen, wie wir das zum Beispiel hier sehen, ist einfach eine elegante Version. Ich persönlich bin kein Fan von Sneakers zum Anzug. Ihr könnt aber bei einem Business Casual Dress im Prinzip dann auch mit der Chinohose, wie ihr hier seht, oder mit der Jeanshose dann mit einem eleganten Sneaker kombinieren. Ich wünsche euch viel Spass und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren.